und ein herzliches willkommen zurück zum zweiten teil vom pokémon tech links auf nintendo switch mit mir von der lesbis als hobby der einfach nicht aufhören kann hier auch wenn wir grad irgendwie schon wieder ordentlich ablosen hier na gut wir warten mal auf den nächsten kämpfer bis gleich so der nächste kämpfer ist da wen haben wir es ist gruppe d2 cerao cat oder chat wie auch immer ist valkasch mit mir tu jetzt spiel ich gegen meine mutter schauen wir mal gibt's noch nicht auch kaum sagen wir mal irgendwie es will nicht ja 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 ach komm ich war grün was soll der mist man normalerweise packen müssen ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht keine ahnung scheiße ich höre jetzt mal auf danke mir so schon das war pokémon technics auf nintendo switch mit mir von der let's place als hobby es hat glaube ich heute keinen sinn mehr ich bin nur noch am ablosen wir sehen uns nächstes mal wieder bei der nächsten aufnahmesession das kein daumen hoch und abo bis zum nächsten mal tschüss